Ja Leute, willkommen zurück bei Farsky. In der letzten Folge war lustiges Sterben angesagt. Schade, schade. Und auch ein bisschen ärgerlich, ne? Aber wir haben auf jeden Fall coole Sachen gefunden. Das freut mich doch auf jeden Fall. Und wir haben das erste Teil in unserem U-Boot repariert. Das ist auch nicht schlecht. Und wir starten motiviert sofort ins Spiel. Viel Spaß! So, da sind wir auf jeden Fall erstmal zurück im Spiel. Und wir ernten mal eine Kartoffel auf den Schreck und auf das ganze Chaos, was wir in der letzten Folge hatten. Mann, das war ja was. So, wir essen mal Fischchen, dann geht es uns auch wieder gut. Wir werden hier Barracuda, werden wir als nächstes auf jeden Fall erstmal auf unseren Grill schmeißen. Achso, wir sollten natürlich die... Achso, nee, haben wir ja. Ist ja alles da. Alles gut, alles schön, so. Weil wir werden auf jeden Fall erstmal neue Kartoffeln wieder einpflanzen. Bäm! Haben wir gemacht, oder? Jetzt haben wir es gemacht und werden hier kochen. Kartoffeln haben wir jede Menge jetzt schon mal gekocht. Und jetzt machen wir hier uns erstmal das Fischfilet, damit wir mal was anderes auf den Tisch bekommen als Kartoffeln. So, aber das war ja mal eine Folge gewesen. Auf jeden Fall recht viel Chaos. Oft gestorben war nicht so geplant. Nun gut, aber so ist es nun mal, ne? Wir haben auch noch einen weiteren Extractor oder wie sich das Ding auch immer nennt. Und den werden wir als erstes jetzt erstmal aufstellen, weil hier bringt uns das Teil reichlich wenig. Also gucken wir einfach mal. Dann haben wir unsere Basis hier auch wieder mit einem Teil markiert. Und wir stellen ihn einfach mal hier irgendwo drauf. So, Bäm! Hier steht das Teil. Das ist so ein bisschen wie so ein Leuchtturm, ne? Dass man so ein bisschen weiß, 100% Eisen, so soll es sein. Dann ist das ganz gut erstmal soweit. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr erkundet. Das finde ich hier gut so. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter erkunden. Wir haben zwar einen Teil gefunden bis jetzt, aber nun das ist ja noch nicht allzu viel. Gucken wir mal weiter, wie wir dann hier erforschen. Gehen mal nach oben. Eigentlich war mein Plan in der letzten Folge gewesen, dann aus dieser anderen Basis ein paar Sachen wegzusammeln. Hier für unsere kleine, feine Basis. Ja, und das haben wir natürlich gleich mal wieder mit dem Leben bezahlt, ne? Ich frage mich, ob wir die nur einmal ernten können. Es wäre mega schade. Wir haben nur eine davon. Wir machen jetzt mal folgendes. Ich habe mir das anders überlegt. Wir werden das hier entfernen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Achso, das ist dann eine Säule. Ne, so wollte ich das natürlich nicht. Wir brauchen mal gerade, flupp, wieder eine Bodenplatte. Kommen wir da jetzt nicht hin, oder wie? Jetzt hatten wir uns hier den Boden weggemacht. Und bevor es ein Loch gibt, machen wir erst mal dieses hier. Ja, ich würde das nämlich gerne doch noch ein bisschen anders gestalten hier. Na, komm, geht da hoch. Zack. Soweit, ähm, machen wir hier einmal wieder eine Platte hin. Machen hier eine Platte hin. Dann haben wir das wieder gut. Ich frage mich, wie kriegen wir das? Warte mal. Wir können ja einfach mal versuchen. Ähm, hier können wir sowieso noch Platten anbauen. Die hier nicht. Die nehmen wir wieder weg. Das müsste dann genau, das müsste funktionieren. Kommen wir da jetzt hoch? Ja, kommen wir. Und wir machen hier oben jetzt erst mal weitere Platten ausbauen. Und, äh, werden dann die Leiter, äh, an eine andere Stelle, ähm, verlegen. Weil das hier soll ja unser, äh, Aussicht werden. Mit, äh, Pflanztöpfchen und, äh, Glaswänden. Dass wir hier nochmal so ein bisschen, ähm, ja, schöne Aussicht genießen können. Wir machen mal, ähm, wie machen wir denn das jetzt am besten? Ähm, wir nehmen jetzt erst mal hier nochmal weg. Oh nein, das war nicht gut. Äh, das war das Dach. Jetzt hatten wir hier Wassereinbruch bei uns. So, ich würde eigentlich nur gerne die Leiter verstellen. Ähm, aber wie machen wir das jetzt? Das war das Dach? Warum bekommen wir so Wasser hier rein, frage ich mich. Ähm. So, komm, geh da nochmal hoch. Können wir hier die Leiter so nicht wegnehmen. Gucken wir nochmal. Jetzt geht's. Und jetzt geht das auch. Na, komm, interessant. So, komm, dann, äh, hat das jetzt funktioniert. Interessant. Müssen wir es halt so machen. Aber ich wollte gerne die Leiter doch hier an die Seite ein bisschen mehr legen. Und zwar ungefähr hier so. Warum geht das dann da nicht? Hm. Komm, wir legen das erst mal da hin. So. Äh, weil das sollten wir natürlich zu haben hier, ne? Bäms. Und eins. Na, geht doch. Auch ohne Loch ist es, äh, so möglich. So, wir kommen hier hoch. Hier rum gehen wir. Und dann machen wir noch, ähm, hier eine Runde Bodenplatten. Weiter. Hier. Zack. Hier werden wir Pflanzenkübel aufstellen und, äh, ansonsten nicht. Jetzt haben wir keine weiteren Bodenplatten, ist aber nicht schlimm. Zack, hier gehen wir runter. Das funktioniert. Hier soll noch ein Ofen auf jeden Fall stehen. Das ist ganz gut so. Haben wir hier, äh, Glaswände drin? Äh, nein, haben wir nicht. Hunger haben wir auch ein kleines bisschen, so. Und dann geht es uns gleich wieder gut. Ich würde ja gerne wissen, ob wir die dann verlieren. Oder ob wir die dann einfach, äh, noch mal wieder einpflanzen können. Weil wir diese sind als Samen ja gefunden hatten. Das ist die gute Frage, ne? Eine Leiter brauchen wir auf jeden Fall noch eine zweite auch wieder. Also, äh, Eisen an den Start gebracht. Und, äh, auch noch vielleicht ein bisschen was für Bodenplatten, Fensterscheiben. Haben wir auf jeden Fall jetzt ein Teil, äh, auch dabei. Können wir die nämlich verteilen. Hier können wir nochmal ernten. Machen wir gerade. Dann kann die nämlich weiter wachsen. Achso, haben wir hier schon. Machen wir so. So, und, äh, Bäm. Ist da jetzt drin, ne? Man sieht es immer noch so schlecht. Haben wir ja eigentlich auch noch Pflanzkübel. Dann können wir nämlich auch schon mal ein paar da oben aufstellen. Haben wir hier nicht. Ich glaube, in der hier haben wir auch keine, ne? Ne. Müssen wir uns die noch basteln. Ist aber auch kein Problem. Bekommen wir hin. Dann, so, dann nehmen wir einmal noch ein paar Bodenplatten. Haben wir. Machen wir mal zehn. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Keine Ahnung. Wir holen uns noch eine zweite Leiter. Und dann stellen wir das da oben auf jeden Fall schon mal hin. Mit der Lampe, das hat ja leider nicht funktioniert. Die funktioniert ja nur... Ah, jetzt sind wir hier rausgefallen. So, komm, dann gehen wir mal nach oben. Zack. Hier. Und wir fallen wieder runter. Mann. So. Machen wir nämlich nochmal hier noch eine zweite Leiter hin. Kriegen wir die da hin. Zack, ja. Und das funktioniert. Dann kommen wir hier auch leichter hoch. Dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt schon einen Teil von den Glasfenstern. Das war hier, fallen wir nicht runter. So. Zack. Tauschen wir aus. Das hier wird unsere Aussicht. Obwohl, nee, hier ja eigentlich noch nicht. Ja, egal. Jetzt haben wir es so gemacht. Ist nicht schlimm. Dann machen wir hier einfach die Seite noch ein bisschen weiter Boden planten. In diese Richtung hier. Das geht ja auch. Und die haben wir auch dabei. Dann machen wir hier noch. Zack. Und so. Jetzt haben wir noch vier Stück. Ja, und jetzt fehlen uns zwei, oder was? Zwei Bodenplatten fehlen. Na, toll. Komm, dann machen wir hier noch die Fenster rein. Die haben wir ja noch. Dann brauchen wir nicht wieder runterlaufen. Dann machen wir jetzt so. Und Delfine. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Panorama-Aussicht. Ist ja auch ganz nett. Also eine Bodenplatte oder zwei Bodenplatten brauchen wir auf jeden Fall noch. Dann ist das hier ganz nett. Fertig. Wir fallen hier auch nicht runter. Wir brauchen hier auch noch mal zwei Bodenplatten. Also insgesamt auf jeden Fall noch mal vier. Und wir ernten auf jeden Fall einmal die Kartoffeln. Also essenstechnisch geht es uns auf jeden Fall sehr gut. Ich lasse die. Lassen wir stehen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir die wiederbekommen. Ich weiß nicht, ob die Samen gibt oder nicht. Kartoffeln einpflanzen, das funktioniert. Das ist ja auch klar. Aber bei der Bohne bin ich mir nicht sicher. Und ich finde die Pflanze. Dann haben wir mal eine andere Pflanze außer Kartoffeln hier bei uns. Ganz hübsch. Und so viel Hunger haben wir jetzt im Moment nicht. Wir haben jetzt hier haben wir das super Fleisch. Können wir dann essen. 40% gibt uns das. Das ist natürlich auch ein Wort. Wir holen uns jetzt noch mal vier Bodenplatten. Ja, komm, wir machen uns noch ein paar. Wir können uns 20, können wir uns ja locker leisten. So Eisen bekommen wir auf jeden Fall. Dann können wir mal gucken. An der einen oder anderen Stelle machen wir dann noch eine Bodenplatte hin. Das war hier nicht durchfallen. Also, ich würde auf jeden Fall auch sagen, wir machen noch mal hier eine hin. Hier. Und dort. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch machen. Wir könnten hier noch den Weg ein bisschen... Dann haben wir auf jeden Fall zwei. Machen wir mal ein bisschen mehr zu hier oben. Machen wir... Gucken wir mal. Zack. Dort noch ein... So, dann sieht das auch ganz gut aus, glaube ich. Hier machen wir jetzt noch Fenster rein. Und hier oben werden wir alles vollstellen. Noch mit Gemüse. Mit... Ja. Machen hier auch noch. Bäm. Haben wir schön viel Glas drin. Hier auch noch. So, ich denke mal, so sieht das ganz gut aus. So gefällt mir das auf jeden Fall. Unser Teil ist arbeitet. Wir bekommen also auch wieder Eisen-Nachschub. Das ist ja schon mal hervorragend. Hervorragend. Wir fallen jetzt auch nicht hier komplett durch, sondern nur auf die nächste Etage. Das hier gefällt mir auch. Wir bringen mal den Rest wieder nach unten. Hier brauchen wir sonst auch nichts weiter. Das ist alles ganz schön. Ich würde jetzt nur ganz gerne noch ein paar Kisten haben. Und hier würde ich mir eigentlich ganz gerne auch aus einer, ja, aus einem so einem Gebäude rausholen. Wir können ja abbauen. Also sollten wir eigentlich mal versuchen, ob das nicht funktioniert. Wir holen uns unsere Waffe als erstes. Erst mal die Speere nehmen wir auch. Wir rüsten die mal aus, weil ansonsten bringt uns das nicht wirklich viel. Ja, machen wir so. Und Messer noch an die Stelle. Unseren Propeller nicht vergessen. Die gebratenen Kartoffeln. Und ich weiß gar nicht, ob uns diese Flasche jetzt dann noch weiterhilft oder nicht. Ich glaube, sie hat uns nicht geholfen. Wir packen die mal dazu. Dann brauchen wir die nicht mitschlüren. Wenn uns das sowieso nichts bringt, ist das dann ja auch Quatsch. Ja, und wir stehen ganz gut am Start, würde ich sagen. Erst mal alles schön soweit. Dass wir hier noch vielleicht ein, zwei Kisten reinstellen, um das Ganze ein bisschen schön zu sortieren. Hätte ich, glaube ich, auch noch ganz gerne. Es arbeitet dort. Soweit sieht das ganz gut aus. Wir gehen noch mal nach oben gucken. In unsere Essecke machen wir uns auf jeden Fall hier noch einen Ofen. Den stellen wir uns hier hin. Und ja, ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.